So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramsys der Dicke. Ihr seht, das neue Kanal-Maskottchen ist angekommen. Shiny Labras wurde sich gewünscht von das Erdnuss. Würde uns jetzt begleiten, den ganzen Monat, den ganzen August über in den Infovideos, in ein paar anderen Videos, die ich so aufnehme, würde ich jetzt immer mal ein Shiny Labras rein verstecken. Dann möchte ich euch ganz kurz, bevor wir zu Zygarde kommen, zeigen, ich habe meinen ersten Showcase absolviert, beziehungsweise gab es ja in der Abenteuerwoche zwei. Verschiedene Showcases gleichzeitig, dass man Balgoras und Amarino setzen konnte. Ich habe jetzt hier, ich habe das noch nie gemacht, das ist mein erster Showcase, dreimal Platz 1 bekommen, Belohnung abholen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ich weiß nicht, was es da gibt. Wir haben größtes Balgoras und größtes Amarino zweimal. Das ist richtig fett, das erste Mal Showcase und gleich dreimal Platz 1. Es war sehr spannend, das hat immerzu wieder gewechselt. Immerzu hast du geguckt, du bist wieder auf Platz 3, du bist wieder auf Platz 4, du bist auf Platz 2, du bist auf Platz 1, dann bist du wieder auf Platz 3. Finde ich also eigentlich doch recht cool, wo man am Anfang dachte, ja, dieses Feature ist vielleicht, ja, nicht so interessant. Aber viele sagen schon, die Belohnungen sind echt fett. Shigi habe ich ja komplett verpasst, da war die Zeit, wo ich noch gar keine Showcases sehen konnte, wo andere die aber schon gesehen haben, wo das noch verbuggt war. Bei Relaxo, bei dem Schlafwochenende, da war ja Geburtstagswochenende, da waren wir außerhalb, da habe ich das verpasst. Sonntag, als ich heimkam, war das schon wieder vorbei. Konnte ich also nicht mitmachen, jetzt kann ich hier mitmachen, möchte mal gucken, was es gibt. 4.500 Staub, ein Regen-Lockmodul, eine Golden-Himmi-Beere, ein Gletscher-Lockmodul, 3 Hyperbälle, ein Sternenstück, ein Moos-Modul, einen Rauch, eine super Brutmaschine, eine normale Ei-Brutmaschine und 15.000 Erfahrungspunkte. Das ist wirklich krass, das ist wirklich fett. Da waren so viele Items jetzt dabei und vor allem 3 Module und noch 2 Brutmaschinen und alles. Also, das hat sich wirklich gelohnt, das ist cool, weil es mein erster Showcase war, jetzt eben hier auch eine Medaille. Jetzt geht es aber um Zygarde. Da habe ich was gesehen, das möchte ich euch unbedingt zeigen, weil ich denke, dass das nicht alle auf dem Schirm haben. Erstmal kurz zeigen, mein Zygarde nochmal. Zygarde, das ist mein Zygarde, das war jetzt leider nicht so toll. Ihr seht, das hat eine Bewertung von 10, 11, 11, Meiningen, 21.07. Und ich habe 3 Zygarde-Zellen. Zygarde-Zellen braucht ihr ja, um die Form von Zygarde zu wechseln. Ihr seht, bei 50 Stück könnt ihr das hier von dem Hund zu diesem V-Käfer-Schnecken-Prinzessin, ich weiß nicht, was das sein soll, machen. Jetzt sind viele an der Aufgabe gescheitert. Im dritten Kapitel oder so war das, mit einer Zygarde-Zelle finden und haben gesagt, sie sind jetzt schon 100 Mal die Route abgelaufen, sie finden immer noch keine Zygarde-Zelle. Und da ist ein großer Fehler dabei, den ich selber auch nicht wusste, es jetzt aber weiß, denn ich habe diesen einen Artikel hier gefunden, gleich mit Quellenangabe von der Seite In-Game. In-Game.de hat einen Artikel gemacht. Zygarde-Zellen finden drei wichtige Hinweise für die Suche. Wir überspringen mal das ganze Gelaber hier oben, was Zygarde-Zellen sind, wofür man die überhaupt braucht. So erhält man mehr Zellen. Und da sind die drei Punkte, die ich jetzt meine. Zygarde-Zellen haben nur eine Drop-Chance, wenn ihr eine Route zum ersten Mal am Tag lauft. Die Chancen auf eine Zelle liegen bei etwa 50%. Dieselbe Route am Tag ein zweites oder mehrere Male zu laufen, bringt euch keine Chance auf eine Zelle. Indem ihr mehrere verschiedene Routen lauft, bekommt ihr weitere Gelegenheiten auf einen Drop. Und das ist auch das Ding. Ich bin eine Route gelaufen, ich habe eine Zygarde-Zelle gefunden, habe gedacht, cool, eine Zygarde-Zelle. Dann läufst du diese gleiche Route noch fünf, sechs Mal, weil du denkst, da hat es geklappt, diese Route ist bestimmt richtig cool. Und du kannst auf dieser Route Zygarde-Zellen finden, läufst die Route zehn Mal, wunderst dich, dass du nichts kriegst. Nur beim ersten Ablaufen einer Zelle kannst du eine Zygarde-Zelle finden mit einer Chance von 50%. Am Ende liegt dann entweder eine Zelle oder da liegt keine Zelle. Wenn es keine gab, brauchst du diese Route an dem Tag nicht mehr ablaufen für Zellen, dann such dir eine komplett andere Route und lauf die ab. Immer nur das erste Ablaufen einer Route pro Tag, aber pro Tag heißt auch wieder, wenn ihr eine Route bei euch in der Nähe habt, lauft die jeden Tag einmal ab. Und jeden Tag habt ihr einmal auf dieser eine Route eine Chance von 50% beim Ablaufen der Route am Ende eine Zygarde-Zelle zu bekommen. Das ist auf jeden Fall cool, das wusste ich nicht. Wer sich da ewig aufhält, 20 Mal die gleiche Route läuft und sich dann wundert, dass da nichts kommt, der weiß jetzt warum. Es zählt nur das erste Ablaufen. Die Drop-Chance für Zygarde-Zellen sind nicht von eurer Geschwindigkeit oder den auf der Route gefangenen Pokémon abhängig. Ihr könnt euch eine halbe Stunde Zeit für eine Route nehmen und so viele Pokémon fangen, wie ihr wollt. Oder in fünf Minuten bis zum Ende rennen. Auf die Zellen hat euer Weg über die Route keinen Einfluss. Wenn ihr besonders schnell seid, könnt ihr aber mit etwas Verzögerung spawnen. Das heißt auch, ihr müsst nicht in Zeitlupe da drüber wandern, alles mitnehmen, weil je mehr Pokémon fangen, desto höher ist die Chance, dass eine Zelle kommt. Das ist auch Quatsch. Ihr müsst einfach nur ans Ende kommen und selbst wenn ihr mit dem Fahrrad einfach den Weg schnell langfahrt oder mit dem Auto den Weg schnell langfahrt, am besten durch den vollen Stadtpark, dann kann da eine Zelle erscheinen. Wenn ihr natürlich zu schnell die Route gemeistert habt, wie hier steht, Verzögerung kann es sein, dass am Ende nichts liegt. Ihr kurz warten müsst und es dann auftaucht. Aber Zellen erscheinen wohl immer am Ende einer Route, wenn ihr zu schnell wart, mit ein bisschen Verzögerung, aber nur mit 50% Chance. Egal wie schnell ihr über die Route drüber rattert, also versucht möglichst viele Routen, viele verschiedene Routen an einem Tag zu machen, dann dürfte das passen. Zergadezellen werden nicht automatisch eingesammelt, ihr müsst sie nach dem Spawn antippen, um sie zu erhalten. Lasst ihr sie beim Verlassen der Route liegen, werden sie bei einem zweiten Durchlauf nicht nachträglich sammelbar sein. Also kann man dann nicht mehr sammeln, können tun, steht ja so da genau. Also, achtet wirklich drauf. Nicht, dass ihr den ganzen Weg umsonst lauft, da liegt eine, ihr habt da nicht aufgepasst, also die kriegt ihr auch beim zweiten Ablaufen dann nicht, wirklich. Das erste Ablaufen zählt, die werden nicht automatisch eingesammelt, ihr müsst die aufheben, ihr müsst drauf drücken. Das ist einfach was Grünes, Schimmerndes, Leuchtendes, was am Boden dann liegt, am Ende der Route, was ihr antippt, wie wenn ihr ein Pokémon antippt, dann sammelt ihr das ein, dann habt ihr das. Mir ist eigentlich nur bewusst, dass ich bisher eine Zelle eingesammelt habe, mir werden aber drei angezeigt. Also ist die Menge ja vielleicht auch unterschiedlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich drei Zellen bisher eingesammelt habe. Ich glaube, ich habe bisher nur einmal eine eingesammelt. Die hat aber gleich eine Menge von drei ausgemacht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon eine Zegarde-Zelle gefunden? Wie viele Routen lauft ihr so ab? Habt ihr es auch gemacht wie ich und seid am Tag 20 mal die gleiche Route abgelaufen? Habt euch dann geärgert, dass nichts kommt? Wusstet ihr das schon? Ist das nützlich? Ist das hilfreich? Ich hoffe, das Video bringt was und wie ist euer Showcase verlaufen? Welchen Platz habt ihr gemacht? Habt ihr wieder drei Pokémon reingesetzt? Wart ihr dreimal Platz 1? Wart ihr dreimal Platz 3? Wart ihr Platz 2? Wie findet ihr Showcases jetzt, wo es den dritten Showcase schon gab? Ich finde das irgendwie richtig cool. Jetzt, wo ich das verstanden habe, freue mich auf das nächste Event mit dem nächsten Showcase, sich wieder reinzusetzen und wieder Spaß zu haben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.